Möchtest du ein Drehbuch schreiben für eine packende YouTube-Reportage, das einen stringenten roten Faden hat und die Spannung hält? In diesem Video erfährst du, wie ein gutes YouTube-Reportage-Drehbuch entsteht und wie du vorgehen musst, um ein gutes Reportage-Drehbuch schreiben zu können. Am Ende wartet ein besonderes Angebot, das du dir nicht entgehen lassen solltest. Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ich bin Martin, dein Experte für YouTube-Marketing und YouTube-Gestaltung für deinen Unternehmenskanal. Heute zeige ich dir, wie du für deine Unternehmensreportage ein Drehbuch schreiben kannst. Die Grundlage für eine packende und abwechslungsreiche Reportage auf YouTube. Um einen roten Faden zu haben, eine Art Leitmotiv, das durch deine Reportage führt, solltest du als erstes eine Überschrift formulieren. Zum Beispiel, mein Unternehmen hat das hochwertigste Produkt. Diesen Satz solltest du jetzt die ganze Reportage lang beweisen. Dass du das hochwertigste Produkt hast, ist eine Art interne Schlagzeile, die dir hilft, immer den richtigen Fokus zu haben und dich nicht in einem Nebenschauplatz zu verlieren. Die Überschrift hilft dir, den roten Faden in der Hand zu behalten. Wie ist der Einstieg in deine Reportage? Du solltest immer situativ beginnen, also ohne Einleitung direkt zum Thema kommen. Innerhalb der ersten 10 bis 15 Sekunden sollte das Thema etabliert sein und dein Publikum sollte wissen, worum es geht. In unserem Beispiel mit der Überschrift, mein Unternehmen hat das hochwertigste Produkt, will ich eigentlich gleich das Produkt sehen. Auch wenn die Entwicklungsschritte vielleicht wichtig sind, zuerst das Produkt zeigen und sagen, dass es hochwertig ist, vielleicht noch eine Eigenschaft nennen, die das beweist. Und dann erst erzählen, wie es entwickelt wurde. Denn was dein Publikum nicht mag, sind langwierige Einleitungen. Man muss sich von Anfang an auskennen. Eine Reportage wird nicht geskreptet. Es wird also nicht ein kompletter Text geschrieben, bevor die Dreharbeiten beginnen. Dein Drehbuch ist ein Ablaufkonzept. Dieses YouTube-Reportage-Drehbuch soll in klare Abschnitte gegliedert sein und einer nach dem anderen wird erzählt. Um beim Beispiel mit dem hochwertigen Produkt zu bleiben. Der erste Abschnitt könnte sein, dass dein Produkt aus einem bestimmten Material besteht, das besonders widerstandsfähig ist. Nach jedem Abschnitt folgt ein O-Ton. So nennt man den Interview-Ausschnitt, den du einbaust. Das kommt vom Wort Originalton. Diese O-Töne können zwei verschiedene Funktionen haben. Entweder informativ sein, also Fakten liefern, oder emotional und authentisch sein. Um bei deiner Produktreportage zu bleiben, ein O-Ton der Produktentwicklerin ist informativ. Ein O-Ton eines zufriedenen Kunden ist emotional und authentisch. Kommen wir zu einer Grundentscheidung. Möchtest du mit einem Off-Text arbeiten, der von einem Sprecher oder einer Sprecherin erzählt wird? Oder möchtest du deine Reportage nur mithilfe der Interviews erzählen? Wenn deine InterviewpartnerInnen alle wichtigen Infos liefern sollen, musst du sehr gute Interviews führen. Und du wirst trotzdem nicht so schnell und exakt auf den Punkt kommen, wie bei einem selbstgeschriebenen Text, der vertont, also aufgenommen wird. Aber ein selbstgeschriebener Off-Text muss eben eingesprochen werden. Und das ist ein eigener Arbeitsschritt mit einem Aufnahmegerät. Diese Sprachaufnahme muss dann noch ins Schnittprogramm eingespielt werden. Und dann hast du eine eigene Tonspur für diesen Text, die mit der Musik abgemischt werden muss. Also, eine YouTube-Reportage über die Interviews zu erzählen, ist mehr Planung. Sie mit einem Off-Text zu gestalten, ist mehr Aufwand in der Postproduktion. Eine dritte Lösung wäre ein Präsenter oder eine Präsenterin. Vielleicht kann jemand vor der Kamera durch deine Reportage führen, Menschen treffen, Dinge zeigen, mal was ausprobieren. Die Kamera begleitet deinen Präsenter oder deine Präsenterin auf einer abenteuerlichen Reise. Abwechslung der Locations, Gespräche mit Menschen und immer wieder mal Erklärungen in die Kamera. Je nach Thema kann man auch Missgeschicke oder Versprecher stehen lassen, um Abwechslung und Humor in diese sogenannte Begleit-Reportage zu bringen. Und wenn du eine ganze Reportage in Serie produzierst, sorgt das Gesicht deines Reporters oder deiner Reporterin nicht nur für Sympathien, sondern auch für den sogenannten Wiedererkennungswert. Denn es ist einfach angenehm, jemanden zu treffen, den oder die man schon kennt. Achte bei dieser Person unbedingt auf die Authentizität. Keine auswendig gelernten Phrasen, je mehr Spontaneität, desto besser. Wenn deine Reportage einen Off-Text hat, der von einer Sprecherin oder einem Sprecher erzählt wird, dann schreibst du ihn erst ganz am Schluss, wenn der Schnitt schon fertig ist. Denn der Text ist immer dazu da, die Bilder zu stützen. Die Bilder sind das Wichtigste in der Reportage. Der erläuternde Text hilft zu verstehen, aber die Bilder haben absoluten Vorrang. Am besten ist die Geschichte, wenn man sie auch ohne Text versteht. Kommen wir zum Spannungsbogen, also wie du die Inhalte und Abschnitte anordnest, damit deine Geschichte aufregend ist. Oft wird hier die sogenannte Heldenreise als Vorbild genommen, die mitunter ganz schön komplex sein kann. Aber ein Grundmuster ist wirklich wichtig. Schwierigkeiten, die überwunden werden. Deine Geschichte sollte Brüche und Herausforderungen aufzeigen, die für Spannung sorgen. Nehmen wir wieder das Beispiel deiner Produktreportage, die beweisen soll, wie hochwertig dein Produkt ist. War es ganz einfach, alle Materialien und Bestandteile geliefert zu bekommen? Gab es einen Rückschritt oder eine besondere Herausforderung bei der Entwicklung? Oder hat die Konkurrenz schon fieberhaft an einem ähnlichen Produkt gearbeitet? Gab es einen Wettbewerb? Alles das kann Spannung in deine YouTube-Reportage bringen. Aber denk immer an dein Publikum. Langweilige Details und ewige Erklärungen solltest du vermeiden. Zu komplexe Inhalte und schwierige Zusammenhänge sind einfach nicht geeignet, wenn du eine YouTube-Reportage entwickeln möchtest. Der Schluss deiner Geschichte kann eine Zusammenfassung oder ein Resümee sein, also eine wertende Zusammenfassung. Du kannst dir aber auch ein besonderes Detail, einen vielleicht sogar überraschenden Inhalt für den Schluss aufheben. Wichtig ist jedenfalls ein Call to Action. Was soll denn dein Publikum jetzt tun? Vielleicht deinen Kanal abonnieren oder sich mehr Informationen auf deiner Website holen? Ein Like oder einen Kommentar hinterlassen? An einem Gewinnspiel teilnehmen? Oder dich schlichtweg kontaktieren? Möglichkeiten gibt es viele. Apropos. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass ein Like da und abonniere unseren Kanal, um keine wertvollen Tipps rund um YouTube-Marketing und Videoproduktion zu verpassen. Und vergiss nicht, wir von News & Video unterstützen dich dabei, eine spannende Reportage zu produzieren. Von der Planung über die Dreharbeiten bis hin zur Nachbearbeitung. Gemeinsam mit dir können wir ein Reportage-Drehbuch entwickeln, das deine Zuschauerinnen und Zuschauer fesselt und dein Thema professionell in Szene setzt. Das ist mein ganz besonderes Angebot an dich. Melde dich einfach mit einem Kommentar oder schick uns eine Nachricht und wir legen gleich los. Schau dir unser nächstes Video an. Wie du deine YouTube-Reportage recherchieren kannst. Das war's für heute. Ich hoffe, du hast aus diesem Video wertvolle Tipps mitgenommen, wie du ein Drehbuch für eine Reportage entwickeln, planen und umsetzen kannst. Bis dahin, bleib dran und viel Erfolg. Bis dahin, bleib dran und viel Erfolg.